Es ist jetzt schon dunkel, ne? Draußen ist dunkel. 2. Mose 12, Vers 29 Es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Es geschah um Mitternacht. Es geschah mitten in der Nacht, kann man auch übersetzen, oder in der Mitte der Nacht. Es ist die Zeit, wo normalerweise man tief und fest schläft. Vielleicht hat man es schwer gehabt beim Einschlafen, vielleicht hat man sich hin und her gewälzt, aber irgendwann ist dieser Punkt da. Dann bist du weg. Dann bist du abgetaucht. Dann ist dein System runtergefahren. Und es ist nicht wunderbar, also, manchmal muss ich darüber nachdenken. Ich denke so, boah, ich fahre runter und dann, es könnte doch alles Mögliche passieren. Irgendwer könnte kommen und mich umbringen. Irgendwer könnte kommen und mir Böses antun. Ich bin doch völlig wehrlos. Völlig hilflos. Völlig runtergefahren. So oft passiert nichts mitten in der Nacht. Eigentlich in den allermeisten Nächten meines Lebens ist nichts passiert. So viel Bewahrung, jede Nacht. So wie es David so schön sagt in dem Psalm. Psalm 3, Vers 6. Ich legte mich nieder und schlief. Dann erwachte ich, denn der Herr stützt mich. Oder dann in Psalm 4, Vers 9. In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen. Denn du, Herr allein, lässt mich in Sicherheit wohnen. Wir legen uns hin und schlafen. Und dann kannst du nichts machen. Und der Schlaf ist ja etwas, was einen Bezug hat. Jesus hat den Schlaf eigentlich dahin gedeutet, auf den Tod hin. Er hat deutlich gemacht, ja, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Ein Kind, das gestorben war. Und es ist nicht einfach nur, dass Jesus sozusagen die Realität nicht richtig versteht und erkennt, sondern das Kind war gestorben und Jesus sagt, es schläft nur. Es ist nicht tot, es schläft nur. Ja, im Grunde ist es, wenn wir uns hinlegen und uns schlafen legen, ist es so, wie wenn wir uns hinlegen zum Sterben. Wir schlafen ein und dann sind wir wie tot. Das Wunderbare ist, warum Jesus dieses Bild vom Schlaf nimmt, ist, dass er deutlich macht, der Tod ist eben nicht das ewige, nicht mehr sein, sondern es gibt ein Aufwachen, eine Auferweckung. Der Tod ist nicht das Letzte. Und deswegen sagt David hier, in Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen, denn du, Herr allein, lässt mich in Sicherheit wohnen. Wenn ich mich schlafen lege, dann lege ich mich in die Hand Gottes, in die Sicherheit Gottes. Ich lasse mich fallen, ich vertraue Gott mein Leben an. Oft machen wir das nicht. Viele Menschen machen das nicht. Die legen sich einfach so schlafen und haben irgendwie Vertrauen darin, dass schon nichts passieren wird, weil ja schon früher nichts passiert ist. Ich werde schon wieder aufwachen. Es wird schon nichts passieren. Die Ägypter, sie haben sich hingelegt zum Schlafen. Und haben gedacht, ja, es ist eine Nacht wie jede andere. Aber es war nicht so. Der Todesengel ist gekommen und hat Gericht gehalten. In ganz Ägypten, in allen Familien ist der Tod eingebrochen. Und der Tod ist vom Ursprung her die Reaktion Gottes auf die Sünde der Menschen. Durch den einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch seine Sünde, durch seine Übertretung ist der Tod in die Welt gekommen. Und er ist durchgedrungen zu allen Menschen. Der Tod ist die Realität eines jeden Menschen. Es ist das Gericht, was auf uns alle wartet. So wie Gott zum Pharao gesprochen hat, er hat es ja angekündigt. Er hat gesagt, diese Plage wird über dich kommen. Alle Erstgeborenen werden sterben. Um Mitternacht, er hat es angekündigt. Um Mitternacht wird es geschehen. In der Mitte der Nacht. Er wusste wahrscheinlich nicht, welche Nacht. Es ist schon dunkel. Wir leben in einer Zeit, wo es schon dunkel ist. Und dieses Bild von der Mitternacht, das greift Jesus auch auf in seinen Gleichnissen. Wir lesen mal Lukas 12, Vers 20. Ein Gleichnis, wo Jesus von dem reichen Toren spricht, der so sein Leben lebt und seine Pläne schmiedet. Ja, er hat so viel Ertrag gehabt auf seinen Äckern. Er ist so erfolgreich gewesen. Er hat es geschafft. Er hat den Durchbruch erlangt. Jetzt kann er sich in Ruhe zurücklehnen, denn er hat es geschafft im Leben. Und dann steht in Vers 20 von Kapitel 12 im Lukas-Evangelium, sagt Jesus zu diesem, oder zu diesem Tor, zu diesem gottlosen Menschen, der über sich selbst nachdenkt, über seinen eigenen Erfolg, sich rühmt und sich freut an seinem eigenen Erfolg und an den Früchten, die er gesammelt hat und an dem, wie sein Leben jetzt in Zukunft weitergehen wird, wie schön, beschaulich und ruhig das werden wird und wie wunderbar er das genießen wird. Und dann lässt Jesus, dann spricht in diese Situation Gott hinein, sagt Jesus. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, du dummer Mensch, du hast deine Pläne geschmiedet, du hast jetzt den großen Erfolg erlangt, den großen Durchbruch geschafft. und denkst, jetzt habe ich es. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, so ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wenn David sich niederlegt, dann legt er sich in die Hand Gottes hinein. Er lebt sein Leben mit und für Gott. Und deswegen kann er beim Herrn Sicherheit finden, wenn er sich in den Schlaf legt. Dieser reiche Tor aber, er wiegt sich in eine falsche Sicherheit. in das, was er sich selber aufgebaut hat. Und das wird von einem Moment auf den anderen niedergerissen und er kann sich nicht wehren. Er kann nichts dagegen tun. Er ist hilflos ausgeliefert. Er liegt da und schläft. Und seine Seele wird von ihm gefordert und er wird vor seinen Herrn treten, vor seinem Schöpfer und muss ihm Rechenschaft ablegen. Und er hat nichts vorzuweisen. Keine Schätze bei Gott. All das, was er sich angesammelt hat, alles, worauf er sein Vertrauen gesetzt hat, ist alles weg. Ist nichts mehr da. Eine andere interessante Geschichte, Markus 13, Vers 35. Jesus spricht über seine Wiederkunft, sein Wiederkommen. Und er kommt ja für seine Braut, um sie zu entrücken und er kommt dann sichtbar mit seiner Gemeinde zum Gericht. Und dann steht hier Moment, jetzt muss ich wissen, Vers 34. Wie ein Mensch, nee, Vers 33, Entschuldigung. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Jesus sagt, wir haben es mit einer Nacht zu tun. Wir sind jetzt schon müde und schlafen ein. Aber Jesus sagt, wacht, bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Das kann mitten in der Nacht sein, da, wo du eigentlich mit deinem Körper am liebsten ganz runterfahren würdest und sagen würdest, ja, jetzt ist mal Feierabend, jetzt ist mal Ruhe, jetzt ist mal Entspannung angesagt. Eine andere kommen. Das gleiche ist von den Jungfrauen, von den fünf klugen und von den fünf törichten Jungfrauen. Die klugen Jungfrauen, die Öl, extra Öl mitgebracht haben. Die anderen, die das Öl in ihren Lampen hatten und dachten, naja, das wird schon reichen. Und dann steht in Vers 5, als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen wir erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das Gericht kommt und du musst vorbereitet sein. Das ist das, was Jesus sagt. Du musst vorbereitet sein. Sonst kommt dieser Tag über dich, sonst kommt diese Stunde über dich und du wirst nicht dabei sein. Du bist dann nicht dabei. Und es ist auch eine Stunde, wo dieses Gleichnis hört sich in unseren Ohren so hart an. Wir denken so, hey Mann, wie können diese fünf klugen Jungfrauen, die uns hier als Vorbild dargestellt werden, die sind doch so selbstsüchtig. Die könnten noch ein bisschen was abgeben. Die könnten den anderen noch ihr Öl überlassen und stattdessen draußen bleiben. Nein. Der Tag, wo Jesus kommt, da entscheidet sich alles. Bis dahin, die dummen Jungfrauen haben doch die Klugen gesehen, wie sie sich Öl gekauft haben. Warum sind sie nicht mitgegangen? Warum haben sie das Beispiel, das Vorbild ihrer Schwestern sozusagen nicht ernst genommen? jetzt ist zu spät, jetzt geht das nicht mehr. Und es wird ihnen nicht genommen, den klugen Jungfrauen. Und sie werden auch nicht mit einem schlechten Gewissen belastet, dass sie doch abgeben sollten. Nein. Das, worin sie sich vorbereitet haben, wird ihnen nicht genommen werden. Und diejenigen, die sich nicht vorbereitet haben, ihnen wird keine Gnade mehr gewährt. Das ist der Punkt des Endes. Das ist der Punkt des Gerichtes. Es gibt diesen Schlussstrich. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können es nicht einfach so links liegen lassen. Und das ist dieser Ernst mit dem Gott, mit dem Pharao ringt, mit Ägypten ringt. Es ist ernst. Und er hatte so viele Möglichkeiten umzukehren. Er hatte so viele Möglichkeiten zu sagen, okay, gut, dann geht doch. Aber sein Herz war verhärtet. Und er hat es nicht zugelassen. Und am Ende hat Gott gesagt, okay, wenn dein Herz hart ist, dann soll es richtig hart werden. Und dann bringen wir es hart auf hart auf die Spitze. Dann wirst du sehen, was ein hartes Herz am Ende bewirkt und ausrichtet. Es gibt diejenigen, die sich vorbereitet haben, aber es gibt die, die sich nicht vorbereitet haben. Lukas 17 Vers 34 Ich sage euch, sagt Jesus, in jener Nacht, in jener Nacht, sagt er. Lukas 17 Vers 34 Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere gelassen werden. So war es in Ägypten. In allen Familien wurden die Erstgeborenen getötet, aber nicht in allen. Es gab da diese Häuser, wo das Blut an die Türen Pfosten gestrichen war. Da ist der Verderber vorbeigezogen. Sie wurden gerettet, bewahrt vor diesem Gericht. Erste Thessalonicher 5 Geschwister, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der Nacht, während du schläfst. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Wie bei dem reichen Toren, mitten in der Nacht. Friede und Sicherheit, es kommt über sie. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Bei euch ist es anders. Die Israeliten waren vorbereitet. Gott hatte ihnen gesagt, so könnt ihr euch vorbereiten. Schlachtet das Lamm, nehmt das Blut, streicht es an eure Türpfosten, esst das Lamm, stärkt euch darin, fegt den Sauerteig aus und backt das ungesäuerte Brot. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen. Und hier hat das Schlafen eine andere metaphorische Bedeutung, eine andere Bedeutung. Das Schlafen bedeutet sich in Sicherheit wiegen, sich selbst Sicherheit geben, sich selbst Sicherheit verschaffen, auf sich selbst zu vertrauen, auf die Dinge dieser Welt zu vertrauen. Zu denken, ja der Tag wird noch nicht kommen. Mein Tag wird noch nicht kommen. Mein Ende ist ja noch lange hin. Das Ende dieser Welt ist ja noch lange hin. Ich kann ja noch gut mein Leben leben. Aber du weißt nicht, was heute Nacht sein wird, wenn du dich schlafen legst. Ob nicht der Tag da ist, wo du gehst, wo du diese Welt Zeit verlässt. Oder wo Jesus kommt. wo der Tag kommt, wie ein Dieb in der Nacht für die allermeisten Menschen auf dieser Erde. Aber Paulus sagt, ihr wisst es, ihr seid ja bereitet, ihr seid ja Kinder des Lichts, ihr lebt ja im Licht, ihr wandelt im Licht, ihr lebt in Gemeinschaft mit Gott. Jeden Tag. Da reicht Sonntag nicht und Mittwoch. Jeden Tag mit Gott leben, alle Zeit bereit, war doch immer hier der Spruch der FDJ irgendwie. Alle Zeit bereit. Ich kann jederzeit gehen. Ich bin mit meinem Herrn im Reinen. Wie gut, wenn Gott uns bei der Arbeit findet, bei dem, wozu er uns eingesetzt hat. Wir sind Söhne des Lichts, Söhne des Tags, wir gehören nicht der Nacht. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Die Nacht ist da. Die Menschen schlafen. Die Menschen sind besoffen. Sie entertainen sich zu Tode. Sie schalten ab. Aber wir gehören nicht zu denen, die abschalten, sondern die wach sind und nüchtern. Wir leben in so einer finsteren Kultur, Geschwister. Und sie erscheint oft in dem Lichte des Gutmenschentums, des Humanismus. Ja, wir meinen es ja alle gut und wir sind ja so tolerant und ja, uns ist ja auch die Gerechtigkeit so wichtig und so weiter. Aber in Wirklichkeit schlafen wir, weil wir unser Verhältnis zu Gott nicht geklärt haben, weil wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Weil wir denken, naja, das wird ja immer so alles weitergehen. Wir sind nicht vorbereitet auf den Tag, wo wir vor unserem Schöpfer stehen. Aber bei euch ist es nicht so. Ihr seid doch die Kinder Gottes. Ihr lebt doch im Licht. Ihr wandelt im Licht. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir im Licht wandeln? Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir keine Geheimnisse haben vor Gott? Dass wir nicht irgendwie Dinge im Verborgenen tun? Wie wichtig das ist, nüchtern zu sein über sich selbst und über die Welt, in der wir leben? Wie wichtig ist es, sich keine falschen Hoffnungen zu machen und stattdessen alle Hoffnungen auf ihn zu setzen? Wie wichtig es ist, im Glauben an Jesus tagtäglich zu leben? Leben im Licht heißt, eine Pflanze, die im Licht ist, weißt du, was die ganz natürlicherweise macht, wenn sie dann auch noch ein bisschen Wasser kriegt? Sie wächst. Unsere Seelsucht als Kinder Gottes ist, dass wir wachsen und dazu gehört auch, dass der Weingärtner kommt und uns beschneidet. Bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Das ist unsere Sehnsucht als Kinder Gottes. Es sollte unsere Sehnsucht sein. Wenn es nicht so ist, ist es gefährlich. Wir spielen mit dem Feuer, denn die Mitternacht kommt. sie ist vielleicht schon bald da. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Hier spricht Paulus von der Waffenrüstung. Später hat er das noch weiter ausgeführt im Epheser Brief. Gewappnet, wir leben in einem Kampf, wir leben in einem Krieg, wir müssen uns wappnen, wir müssen vorbereitet sein, lass uns nicht einlullen lassen in dieser Welt, die uns vorgaukeln will, das ist schulische Bildung, es gibt keinen Teufel. Unsere Kinder lernen in den Schulen, es gibt keinen Teufel. und wir wollen unsere Kinder nicht erziehen und ihnen tagtäglich sagen, es gibt einen Teufel, du musst aufpassen vor dem Teufel und so weiter, aber weil wir nicht geistlich kämpfen, wenn wir geistlich kämpfen, dann erleben unsere Kinder, dass es einen geistlichen Kampf gibt und dass der Teufel real ist, ihnen werden die Augen dafür, wir müssen ihnen nicht ständig den Teufel vormahlen und vom Teufel erzählen, das müssen wir gar nicht, aber wenn wir wirklich im geistlichen Kampf leben, wie er tobt, der geistliche Kampf in unserem eigenen Leben, der Kampf zwischen Geist und Fleisch, die Versuchungen, mit denen ich zu kämpfen habe, wo der Teufel mich versucht, wo er mich versucht einzulullen, aber auch der Kampf, der in der Familie tobt, wo ich geistlich kämpfen muss, um Widerstand zu leisten, wo ich auch dem Teufel mal sagen muss, hier reicht es, in Jesu Namen verschwinde. Und dann eben diese Waffenrüstung zu verstehen, was bedeutet diese Waffenrüstung? Hier werden drei Dinge genannt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Gott Vertrauen. Sicherheit in Gott. So wie David sagt, ich lege mich nieder, denn du bist meine Sicherheit. In dir bin ich sicher. Die Liebe, die Hingabe aneinander, die Hingabe Gottes an mich, die Liebe Gottes zu feiern und immer wieder aufzunehmen in mich und auch weiterzugeben an meine Familie. und den Helm mit der Hoffnung der Rettung oder des Heils wirklich diese Perspektive zu haben, worum geht es denn? Es geht um diese Rettung und steht das Gericht bevor. Ich möchte, dass ich gerettet bin, aber dass auch meine Mitmenschen gerettet werden. Darum zu ringen, dass Rettung und Heil weitergetragen wird und Menschen gerettet werden. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Und das zeigt uns, du kannst als gläubiger Christ dich natürlich schlafen legen. Du kannst mal abschalten, du darfst dich ausruhen, aber mach's im Herrn. Mach Sabbat mit Jesus, denn nur er ist der Sabbat. Ohne ihn ist der Sabbat nichts. Zur Ruhe kommen, in ihm, abschalten, in ihm, mit ihm. Das muss ich lernen, echt. Weil wir in dieser Kultur leben, ja, Feierabend, jetzt mach ich mal, jetzt mach ich die Kiste an, oder, die ganze Zeit am Machen und am Tun. Und plötzlich ist Jesus ganz weit weg. Und ich schalte ab. Geistlich schalte ich ab. Und das ist ganz gefährlich. Aber wenn wir mit Jesus auch in die Entspannung gehen, dann werden wir wirklich gestärkt werden. Da werden wir wirklich Ruhe finden. Und dann brauchen wir keine Angst davor haben, dass Gott uns erwischt, während wir schlafen. Nee, ist doch alles wunderbar. Mittendrin, in der tiefsten Ruhe werde ich ist doch gut. Und auch wenn du es übertragen nimmst, wachen und schlafen als Bilder für Leben und Tod sein, so wie Paulus das in Kapitel 4 sagt, ja, wenn du gestorben bist, wenn du stirbst, bist, dann stirbst du in die Hand des Herrn hinein und du wirst leben. Das ist die Auferstehung. Dafür ist Christus gestorben und auferstanden, dass du, wenn du stirbst, auch Leben hast. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut, auch das Miteinander. Und das ist so schön, wenn ich, Apostelgeschichte 16, ihr kennt die Geschichte von Silas und Paulus. Sie waren unterwegs im Namen des Herrn. Sie wurden gefangengesetzt, weil sie anstößig waren mit ihrer Predigt und mit dem, was sie getan haben, Menschen zu befreien aus Bindungen und Versklavungen. Und dann wurden sie gefangen genommen, ausgepeitscht und ins Gefängnis gesteckt und waren mittendrin im Gefängnis. Und da haben sie gebetet. Wer leidet, der bete, sagt Jakobus. Und die haben nicht gleich angefangen, Lob zu singen, als sie da im Kerker saßen mit ihren schmerzenden Striemen. Die haben erst mal gebetet. Aber um Mitternacht haben sie Lob gesungen. Mitten in der Nacht haben sie Gott gelobt und gepriesen, wie es auch Psalm 119 Vers 62 sagt. David sagt, in der Nacht, in der Mitternacht stehe ich auf und preise dich. Wir sind von denen, die mittendrin in dieser finsteren Nacht nicht abschalten, sondern den Herrn preisen und loben, ihn anbeten. So wie die Israeliten. es war nämlich eine Nacht des Wachens für den Herrn, aber auch eine Nacht des Wachens für das Volk Israel. Sie haben in dieser Nacht nicht geschlafen, nein, sie haben gefeiert. Sie haben Gott die Ehre gegeben. Sie haben das Lamm gegessen. Sie haben sich erfreut und genähert an dem Guten, was Gott ihnen gegeben hat und sie haben sich gefreut über das, was kommen wird. Anbetung mitten in der Nacht. Weil sie wussten, die Rettung ist da, die Rettung ist nah. Okay, ich lese hier einfach nochmal in 2. Mose Vers 31 Da rief der Pharao Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf und zieht weg aus der Mitte meines Volkes sowohl ihr als auch die Söhne Israel und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten sich, wir alle sind sonst des Todes. Das Gericht ist hineingebrochen in dieses Volk auf grausame, schlimme Art und Weise. Der Sünde sollt ist der Tod und sie haben das jeder in ihrer eigenen Familie gesehen. Mittendrin ist dieser Schlag gekommen. Da ist keiner ausgespart worden. Alle haben das erlebt. Wir alle erleben den Tod in unseren Familien. Überall kommt er hinein und er ist immer grausam. Es tut immer weh. Es ist ein Jammer, es ist ein Geschrei. Es ist Trauer, es ist traurig. Der Tod ist furchtbar. Er ist das Gericht über die Sünde der Menschheit. Aber für die Israeliten ist Heil, ist Rettung da. Für die, die an Christus Jesus glauben, die in Christus Jesus sind, sie sind nicht zum Zorn bestimmt. Für sie gibt es Heil und Rettung. Für sie gibt es Hoffnung. Sie sind sicher im Vertrauen auf den Gott, der alles in der Hand hat. Denn unser Richter ist auch unser Anwalt. Er ist unser Fürsprecher. Wir sind sicher und geborgen in ihm. In Vers 42 steht es, was ich gerade gesagt habe. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn. Damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht. Ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen. Und so ist das Abendmahl auch ein Abendmahl, ein Nachtmahl. Denn Paulus sagt im ersten Korinther 11 Vers 23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Ja, es war doch das Passerfest, die Nacht des Wachens. Und Jesus, wir sehen doch, wie er dann, was hat er dann gemacht? Nach dem Passermahl. Sie haben Loblieder gesungen, Gott angebetet. Was hat er dann gemacht? Sie sind in den Garten gegangen. Er hat gebetet, gewacht und gebetet. Was haben die Jünger gemacht? Geschlafen. Sie sind eingeschlafen. Dann kam der Verräter. Er wurde gefangen genommen. Was haben die Jünger gemacht? Petrus hat das Schwert genommen und drauf geschlagen. Jesus hat gesagt, stopp, das, was du hier tust, ist fleischlich. Das ist nicht der Weg Gottes. Junge, du bist nicht vorbereitet. Du bist nicht bereit gewesen auf das, was jetzt kommt. Du bist eingeschlafen. Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wachen? Du bist eingeschlafen. Deswegen reagierst du so völlig falsch, Petrus. Und ihr anderen, ja, ihr werdet mich alle verlassen, weil alle weglaufen und weggelaufen sind sie. Genauso fleischlich. Der Einzige, der im Geist war, das war unser Herr. Er hat die Wahrheit bezeugt, denen, die ihn gefangen genommen haben. was tut ihr hier eigentlich? Ihr nehmt jemanden gefangen, der gerecht ist. Aber hier, das ist jetzt eure Stunde, die Stunde der Finsternis ist da. Und er ist mit ihnen gegangen. Und diese ganze Nacht hindurch, er wurde verklagt, aber er blieb seinem Vater treu. in allem hat er nicht, wo er bedroht wurde, hat er nicht zurückgedroht. Wo er geschlagen wurde, hat er nicht zurückgeschlagen. Er hat diese Nacht durchgewacht, im Leiden. Und so ist es auch für uns. Wacht seit nüchtern in dieser Zeit, in dieser dunklen Zeit, in dieser Nacht, die anbricht. Seid wachsam, bleibt wach. Bleibt im Blut des Lammes. Bleibt im Licht, lebt im Licht. Bleibt in Jesus, lasst uns in Jesus bleiben, sodass wir noch so lange wir Zeit haben, Frucht bringen können für ihn, Schätze sammeln können bei Gott. Jesus, danke, dass du durch diese Nacht hindurch gegangen bist, durch diese Finsternis für uns, die wir versagen, die wir einschlafen. Herr, du siehst unseren geistlichen Zustand, du weißt, wie müde wir sind. auch diese Corona-Zeit, das lehrt es uns auch, wir sind auch dieser Corona-Zeit müde, leid. Du siehst unseren Zustand und wir bitten um Erweckung, Jesus, wir bitten, dass du uns erweckst, dass du uns wach machst, dass du uns hilfst, wach zu bleiben, dass du hilfst, du uns, dass wir auch einander dazu ermutigen, wach zu bleiben, geistlich wach zu bleiben, nicht abzutauchen, nicht runterzufahren, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, sich nicht zufrieden geben mit den Dingen dieser Welt. Herr, du kommst und du kommst bald. Wir wollen uns in dir bergen, wir wollen uns in dich hinein bergen. Wir wollen das Abendmahl jetzt nehmen und auch uns erinnern, dass du alles vollbracht hast, du hast es am Kreuz vollbracht. Durch dein Blut haben wir die Gewissheit, dass wir Vergebung empfangen, dass wir erlöste Kinder Gottes sind. Durch dein Blut haben wir die Gewissheit, dass der Zorn uns nicht treffen wird, dass das Gericht uns nicht treffen wird. Wir wollen uns darin bergen, wollen uns daran, ja, wir wollen es aufnehmen, wieder neu in uns, im Abendmahl, aber wir wollen es auch Tag für Tag tun, auch wenn wir nicht das Abendmahl feiern, aber wir wollen uns Tag für Tag stärken an dir, wollen Tag für Tag die Anbindung an dich suchen und wir sind so dankbar, dass du gesagt hast, dass du deine Schafe nicht loslässt, dass wir in deiner Hand sind und du uns niemals loslässt, dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Lob und Dank sei dir, dass wir so große Freiheit, so große Freude, große Sicherheit haben in dir, in dieser finsteren Zeit. So lass du dein Licht leuchten in uns jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen und erwecke du uns da, wo wir müde geworden sind, Herr. Amen. Amen.